Nicht so aus, als ob jeder heute zocken wird. Oh, ich war zu lange abwiesen. Ja, der Date wird wohl nicht dazu kommen, der Noah weiß ich noch nicht. Deswegen zocken wir ein bisschen CSGO. Vielleicht was im Wettkampf. Und, ja. Jetzt ist die Frage, wann der Noah kommt. Und, vielleicht erstmal zum Warmwerden einer Runde Gelegenheitsspiel. Obwohl das dauert zu werden. Ein bisschen Team Das Match, glaube ich. Ein bisschen TDM zum Warnwerden. Und dann mal gucken, ob der Noah Bock überhaupt da drauf hat. Ansonsten müssen wir mal schauen, was wir heute spielen. Dark Souls 2 kommt dann morgen wieder. Wir können heute leider nicht weitermachen, ohne komplett zu sein. Sonst sind wir zu weit weg. Das ist weniger gut. Ist leider bei Dark Souls 2 ein bisschen scheiße. Aber... Macht nix. So, ganz Kabelgedöns auf Seite. Bisschen TDM, bisschen AK üben. Okay, nice spawnen. Nice spawnen, Daniel. Nice spawnen. Tag nochmal nice spawnen, ey, würde ich sagen. Shit. Box save hier, oder? Junge, was ist das hier? Ich habe ja keine Mapvision mehr, oder? Komm mal, da ist klar. Wie oft soll ich noch da gespawnt werden, ey? Wo ist mein Ping? 20 ist eigentlich mega gut. Block bringt 6 Punkte, nicht mehr. Alles klar. Ich bin hier... Orb only, oder was? Genau, jetzt nicht mehr. Jetzt verdient. Einer von meinen Leuten. Ich muss sagen, ich bin ja gar nicht mehr in CSGO drin, ey. Daran sieht man's. Zieht auf den Huhn stehend. Und ey, das wird so getroffen, ey. Was ist das für eine Energieballen, ey, ey. Das ist unsterblich, ey, ey. Fuck. Das ist jetzt mein Huhn, ey, ey. Töte das Huhn nicht! Sabu, Huhn. Und die gönnen mir. Ach so, guck mal, ich habe hier mal silberne Mechze in des Todes. Oder... Warum sind die überhaupt welche AFK? Alter, das macht ja keinen Sinn. Yes! Die, bitch! Very nice. Besten Waffe der Welt, oder? Das war klar. Okay, nur ist er nur beschäftigt. Manchmal kommt so mein altes Ich durch, ne? Habt ihr gesehen? Oh mein Gott! Viel zu selten, leider. Ist das Spiel binnen, hat er? Und dann ist es wieder vorbei, oder was? Piss dich jetzt, Handy, alter. Das ist klar. Manchmal hat er noch mehr Pesschen in dem Game, ey. oh Das war's für heute. Tja, das hat der Name ja gepasst, ne? Habe ich den nicht bekommen? Nope! Bewegt er sich dann doch noch, Alter? Wer ist immer noch da hinten? Hinter mir! Ach komm, Alter! Das ist doch nicht normal! Ich habe den dreimal getroffen, Alter! Dreimal mit der AK! Und das ist nicht stärker als zwei Deagle-Hits, oder was? Fuck die Scheiße ab, Alter! Ohne Witz, das ist doch nicht normal hier gerade! Lächerlich! Piss dich, Alter! Ihr wartet schon, Alter, an den Spawns, ey! Ist halt so viel Spaß! Wieso ist die AK so beschissen, was das angeht? Alter, ist überhaupt noch ein T drauf oder bin ich alleine, Alter? Ja, das ist... ...so schon's netter ist! Find ich ja schon ein bisschen komisch! Ach, jetzt! Alter, die halten A und die können nichts dagegen tun! Ach, jetzt! Alter, die halten A und die können nichts dagegen tun! Ach, jetzt! Ach, jetzt! Ach, jetzt! Ach, jetzt! Ach, jetzt! Ach, jetzt! Ich hab eigentlich kein Bock auf Nuke! Lass mal bitte nochmal suchen! Ach, tschüss! Ich schau euch auf die Idee! so viele medaillen habe ich es ist ja prime da will keiner spielen ja Die Coverstone kann man ja gar nicht machen. Komm, einer noch. Let's roll. So, so. Hat sich das einfach beendet, das Spiel? Warum, Alter? What the fuck? Es ist schlecht, einfach nur. Was soll ich dazu sagen? Egal, ich müsste einfach joinen können. Super unnötig. Hallo, Leute. Warte mal. Oha, warte mal. What? Wo ist A, Alter? Oh mein Gott, ich hab zu lange keinen Coverstone gespielt. Guck mal hier. Ah. Wo legst du denn hier die Bombe, Alter? Liegst du die Bombe einfach hier, oder was? Ja, hier ist A jetzt. Okay. Krass. Holy fuck, Alter. Okay, das wird eine neue Erfahrung wieder mal werden. Nice. Hallo, Team. Hallo, Team. Okay. I'm going A. Okay. I go B. Okay, dude. Grab your gear and let's go. How long? They're pushing, they're pushing. Rushing A, rushing A. Yeah, yeah, yeah. They're passing. Come on, guys. Warte, willst du mich verarschen spielen? B. 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 Fünfjahresmedaille, ja. Komm, wir hatten mal eine erklären. Komm in A. A1. A1. Ja. E1 ist 50 HP on A. 50. Ach, der Knopf ist das an meiner Maus, Alter. Voll schlimm. Do not get knifed, man. Do not. Okay, do not. Why? Keine Ahnung. Entscheiden... Da gibt's doch keinen Grund für. B ist weitestgehend gleich geblieben. Middle. Fertig. One in front of B. Someone has 20 HP, hey. 20 HP on A. 20 HP on A. One B, halte HP. Ich hab nicht mal getroffen, oder? Doch, dreimal getroffen sogar. Wahnsinn. Okay, let's fight. Can I go to B? Can someone change? I'm staying A. Okay. Okay. Hast du einen Low-Rang? Ich kann gar nichts mehr, Alter. Das ist unglaublich. Ich habe einen Low-Rang. Ich kann gar nichts mehr. Okay. Yo, geht alle da, Alter. Was ist los? Ding ist von der BB? Ja, ja, B-Long. Ich bin der BB. Ich bin der BB. Okay, okay. Ich bin der BB. Ich bin der BB. Was?! Oh, die kommen zurück. Alter, ey. Man, dieser Knopf ist zackt hart. Was ist das überhaupt? Ich bin der BB. Das war ein Hit. Was habe ich mit einem Ping, Alter? Da ist Digger. Der hat einen 80er. Der sieht irgendwie andere Dimensionen, Alter. Junge, Junge. Das kann doch nicht sein, Alter. Ich habe den getappt in den Kopf, Alter. Und dann... Wann bin ich tot? die bär Leu, wie behindert ist das denn? Wie schnell ist der Typ? Der ist schon längst vorbei. Keine Ahnung was er abgeht. Ich raff die Map gar nicht mehr. 10-1 10-1 So und keine Treppe mehr? WTF Alter was ist mit dieser Map passiert? Das war meine Lieblingsmap. Wird sie richtig merkwürdig? Das war meine Lieblingsmap. Okay, go to save. Der hat auch noch dahinter gebracht, oder? Okay... Dieser Knopf ist alles. Habt ihr gesehen? Ich rede unten... Was ist das hier? 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 Long pushing again, so... Run in B! Guys, come on! We will shoot höher, ich weiß nicht. Wasn't das hier? Lettera, Green. Come on, motherfuckin' you! Yeah, you would shoot better. I know. Ich brauch gar nicht kaufen, das bringt alles hier nix. Der steht 13-2, der macht uns alle platt, ich hab zwar noch keinen einzigen Kind, aber trotzdem. Ich hab doch Leute angehittet, Alter. 80 und 5. Alter. Na. Jetzt muss man spielen. Bio-Fierce, Alter. Da ist es, das hab ich schon mal am Start, ist fast so gut wie 4-Kids, würde ich sagen, oder? Ich weiß halt Null wie das hier funktioniert, Alter. Grenade out. What club? Grenade out. Smoke. Beschluss. Das geht mal an B. Schieß, das geht mal an B. Lachen auf den B. Schieß, das geht mal an B. Er lohnt sich, das geht mal an B. Das ist B, das ist B. Vielleicht nicht. Für Metal, Metal, das ist B. Das ist A, das ist A. Das ist B, das ist B. Das ist B, das ist B. Das ist B. Please. Just take that one. Thank you. Da sind B. Das ist B. B-Connect B-Side 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 Ich bin hier. Danke, Mann. No problem. Do you want me to boost? Where? Oh, hier. Okay. Could you see my head? Probably here. Yeah, you can see it. Nobody watching drop. Two guys middle to A. They're coming in. Ah, shit. Don't close. Behind you. Yeah, die. Counter-Terrorists win. Dank. No money, high spin on action. Get RP, guys. They'll maybe rush it. Das war ja wohl ein Echo, oder? Das ist auch ein bisschen Money für mich, das ist auch gut. Pushing mit. Pushing mit. Pushing mit. Pushing mit. Pushing mit. Okay, wass that? Pushing mit. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I fucked up so hard. Was haben die gemacht, oder? Take ADP. Take ADP. Alter, dein Headset. Juni, jetzt machen wir dein Headset. Das ist krass. Du willst ein Back? Ich weiß nicht, du kannst es mir geben. Okay. Ich bin durch ein Zimmer, Alter. 3 in front of me. 3 in front of me. Cooler. Poushinganta A. No way. How the fuckaban? They're coming at you guys. Splash bang! Die Map ist irgendwie kacke alter ich weiß nicht finde ich dass sie die irgendwie verbessert hätten Das ist ja ein bisschen nervig Oh mein Gott warte noch Es ist ja klar dass das ein Bait ist Das ist ein Bait 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 Ich hoffe die Map nicht mehr Boah CSGO ist ja so behindert Wie viel stehe ich über 4 zu 12 Das ist einfach ekelhaft Insendiary out One is long Flag Deploying flashbang Das ist ein Cours Das ist ein Bait Das ist ein Bait Gernd Das ist ein Bait Derany Die muss sein Das ist ein Bait Was ist los mit den Leuten, Alter, ey? Was steht hier? Weitere Schutte, Dick? So, was machen wir? Ich hab keinen Plan, auf beiden Seiten nicht. Geh die mir ruhig vor. Die Strategie ist wohl gleich geblieben, oder was? Planen. Was ist los? Watch behind. Ja, okay. Stimmt, das ist weg alles, ne? Voll unnötig, Alter, machen die jetzt echt kleiner. Okay. Okay. Weitere. Wir kennen auch eine Karte. Die Karte. Wir kennen uns den Aus. Wir kennen uns die Garten. Wir kennen uns. Dann, schlossst du einer Karte. Wir kennen uns. Wir kennen uns und dieère Karte. Es. Das war dann mal okay, Alter, ey. Ach, zwölf. Nicht mehr ganz so schrecklich. Wer macht denn sowas, Alter? Ja. Die Flash war von mir, Alter. Loll, hab ich früher auch gehabt. Warum nehmen wir ne Auszeit? Fehlt auch keiner. Tja, tja, tja. Warum auch immer. Ich bin so schlecht, ey. Muss ich noch besser werden wieder. Okay, los geht's. Ich bin so schlecht. Ich bin so schnell für die Auszeit. Das hier ist jetzt anwohlik. Der Typ geht mir Der Typ ist so hart auf dem Sack, Alter Das ist der Beste, der macht bei denen alles, Alter Das ist schon krass Was macht der, Alter? Na, was war das, Alter? Ich hab's nicht verstanden, Alter Was war das, Alter? Was war das, Alter? Hier geht Trostkant Hm Erstmal so ein bisschen anders reden, weißt du? Ja, verdammt er nicht mit mir Deutsch redet der Typ Ich hab keinen Bock auf den Was war das, Alter? Was war das, Alter? Was war das, Alter? Ey, wer geht denn Dropper mit ner Afe, Mann? Ey, was ist denn das für ne Scheiße, Alter? Äh, der ist so komisch der Typ, Alter Und das auf der Höhe des Ranges, Alter Versteh ich nicht Kann man nach hinten sehen? Ja, ich bin nach hinten Ich bin nach hinten Ich bin nach hinten Unfall von der Motor Auf dem Auf dem Auf der Auf dem At steve musste ja noch mal gucken, nein, hätte ich nicht gemacht. Na, kann man immer nur AK, das geht nicht. Ist das jetzt besser mit der Cam? So, ich guck mal da. Nee. So. Ich bin gegen alles tot, Mann! Willst du dich verarschen, oder was? Boah, fuck das ab, ey. Nein. Let's just drop, go away, go away, go away. I fake B. No, I just got B. Just got B. Landed. I throw it fire has been poisoned. He's on B still. Mann, 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 Dada. Ich raff es nicht, ey. So. Das gefällt mir gar nicht, Alter. Cabalstone ist richtig schlecht verbessert worden, ne? Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Sieht richtig merkwürdig aus. Entschuldigung, kein Problem. Ich habe einen Schwerpunkt. Ich habe einen Schwerpunkt. maybe maybe drop maybe drop Keine Ahnung wo die waren oder oh mein gott na level up ist drin oder ich kann nicht meinen hund töten achso 1 ist 4 dhp careful maybe behind you lass mich doch durch da muss ich in den backen oder was was okay Okay, nice Ah ja, hab ich noch gerne gemacht, Alter Ah, hopfuckin' there What? Draven Die Leute können einfach durchs Fenster kommen und mich töten, obwohl ich dahin gucke, Alter, ich bin so bad, Alter, das ist einfach unglaublich Ich raff es nicht, was mit dem Spiel los ist, Alter Tach, komm, geh kacken, Alter Oh mein Gott, ey, du kannst überall lang gehen, ey Ich hoffe, der gewinnt das noch, Alter Ah ja, das ist weird Er ist auf dem Weg Ich habe einen Schwerpunkt. Ich habe einen Schwerpunkt. wenigstens der letzten runde noch mal was mit der ob gezeigt war auf jeden fall keine glanzleistung von mir ich würde sagen das war es erstmal mit cs weil das spiel ein bisschen zackt auf jeden fall die map gezackt und vielleicht spiele ich noch was anderes mal gucken das team ist jetzt erstmal kurz beendet wir sehen uns dann vielleicht später nochmal wieder haut rein